guten tag liebe clasherinnen und clasher ich habe ja in den letzten folgen ja ordentlich daneben gelegen mit meinen truppen und will das natürlich jetzt besser machen also klar ich könnte jetzt darauf schieben ja ich bin ja townhall 10 ich habe ja dann härtere gegner aber arschlecken ich bin natürlich auch von truppen her habe ich fünf mehr ich habe ein spell mehr das muss einfach richtig fett klappen und jetzt habe ich die truppen genommen dass sie halt jetzt das die erste zusammenstellung sozusagen da sind noch die loons mit drin die werden dann halt beim nächsten mal nicht mehr drin sein und wir haben hier richtig geilen loot aber ich habe echt wieder schiss hier auf dem sack zu bekommen da würden wir was bekommen aber ich meine so viel dunkles ist es nicht aber die beiden kriegen mal locker die beiden kriegen mal locker mal gucken wo ach scheiße ich weiß ich bin schisser sorry der schön inaktiv würde ich sagen erst mal mit den loons vor ich kriege ich würde ja ich würde gerne ich würde gern so weil ich angst vor der queen habe ich habe angst vor der queen ich habe jetzt alle riesen raus egal so dann haben wir die queen hinterher und auch noch hier so ein bisschen meine anderen troops mal gucken wie das hier läuft ja dahin die mauer brecher genau läuft halt mal richtig hart bei euch so der könig kann draußen schon mal anfangen hier gut okay also wie gesagt eine dead base sollte man halt reißen können super da können wir kommen wir gut rein ich muss mal gerade gucken ach so da die queen ist komplett hinten die sagt sich gut okay komm scheiß drauf hier können wir noch mit den luckys ein bisschen clear ja alles andere ist glaube ich ein bisschen op wenn ich jetzt noch irgendwelche anderen sachen reinknalle das ist glaube ich ein bisschen blödsinn king passt habe ich noch loons ne loons sind alle komplett weg aber die haben ihre sache gut gemacht ich meine war jetzt auch nicht die hardcore arbeit aber wie gesagt ich muss mir auch nicht die ganze zeit dafür entschuldigen fakt ist ich habe den angegriffen das hat geklappt und gut ist so gucken wir mal beim nächstes mal habe ich die loons nicht dabei aber halt dann um einiges mehr riesen vorteil hier ist natürlich wirklich wenn die halt wirklich die heiler dahinter sind dann ist das natürlich wo wollt ihr riesen hin da sind doch keine def gebäude junge ist nicht dein ernst Okay, okay die haben schon ich wische was okay hier haben wir eine tesla die war es dann auch jetzt wohl würde ich sagen juhu läuft bei mir also pokalmäßig geht es natürlich schön straight nach oben so jetzt haben wir wieder die truppen ausgebildet und haben doch einen relativ low gegner würde ich mal schauen ich würde mal gerne vorgehen mit der queen klar ich meine wenn ich jetzt die riesen hinterher setze nee ich gehe mit den riesen woanders rein weil sonst die gefahr da ist dass die halt von von den heilern geheilt werden und das wollen wir nicht mal gucken hier dass der king auch gleich noch mit rein hält aha rage brauchen wir die noch nicht achso nebenbei können wir natürlich hier noch mal ein bisschen gas geben mit den magiern alter kriegt die queen hier so übel auf die fresse ja okay wenn der king mit dabei ist dann komm das muss nur nicht sein mal gucken was wir hier noch in der cb haben ich würde mal wirklich von oben erst komplett aufräumen gerne und da dann richtig schön reingehen ich denke mal das sollte ganz gut passen genau jetzt die queen natürlich auch noch nachziehen dass die hier sich schön wohlfühlt ich brauche den jump spell glaube ich nicht also ich erwische mich immer wieder dass ich halt eher zu wenig spells benutze als zu viel es hat sich definitiv extremst geändert also früher war es definitiv anders jumpen wir mal hier rüber im schlimmsten fall dass halt die truppen raus können oder meine queen rein ja gegen eine 6er queen gar kein thema läuft bei mir genau jetzt kann halt der king raus einwandfrei passt haben wir wieder zeit gespart definitiv der kann da richtig schön rauf kloppen das ist schön gelaufen aber ich will hier jetzt definitiv auch 100% sehen klar das sollte ganz klar sein hier dafür war die base einfach wirklich zu schlecht um hier nicht komplett abzuliefern war zwar townhall 10 aber ja stand townhall naja hier 7er minenwerfer aber das war es dann auch schon das war das einzige gute glaube ich dabei luftabwehr war für den sack und der rest halt auch gute aufteilung hier death geht schön komplett auf den king queen kann schön von hinten auch nochmal ordentlich ein paar ja ohrfeigen verteilen würde ich mal sagen und jetzt wäre es natürlich ziemlich nice wenn die heiler mir den king noch richtig ja genau richtig schön hochheilen das ding 24 ja sollte passen zeitlich sollte das gehen die queen rennt und will dem king natürlich gleich alles abnehmen zack genau arbeitsloser king würde ich sagen einwandfrei ja cool 31 pokis passt und das ist natürlich loot wo ich sage ja in ordnung passt und dann denke ich mal wirklich sind wir dann bald auch echt in kristall das ging ganz gut gucken wir nochmal kurz wirklich in ja in die letzten zwei stunden mehr oder weniger ja doch also wenn wir jetzt nur mal auf die pokis gucken das geht schon das ist in ordnung da habe ich durchgängig gewonnen ja war nicht wirklich schwer klar 5 millionen habe ich fast da jetzt muss ich mal gerade gucken hier gucken wir auf den bauarbeiter was ist das nächste was fertig ist in zwei tagen das armeelager ja bis dahin habe ich ja locker mal die kohle wenn ich ein bisschen aktiv am start bin für den nächsten expo auf 4 mal schauen ich habe gerade zweimal geskippt und habe solch einen gegner das ist natürlich echt geil und dafür sind die truppen gut dafür sind wirklich die truppen gut jetzt muss ich natürlich gucken dass ich abliefere logisch aber das ist natürlich echt cool ich würde mal sagen hier nehme ich echt mal die earthquakes bam junge und dann hauen wir hier mal raus weil wie gesagt das sollte denke ich mal ganz gut laufen hier mal gucken hier king gleich rein queen ja schade eventuell weil die ja klar logisch die heiler aber egal dann halten die auch noch was länger die riesen ja ich und hier so brain overload auf jeden fall richtig hardcore geht gar nichts mehr bei mir gucken wir mal hier kommen riesen könnten auch noch mal schneller gemacht werden passt hier zack king läuft ja passt ja die riesen und magier hier das läuft richtig nice das hier gefällt mir richtig richtig gut komm den king möchte ich jetzt ungern hier sterben lassen da müssen die heiler jetzt einfach mal ran da muss einfach mal ein bisschen was mehr gehen jetzt haue ich hier den earthquake dass die halt wirklich schon mal alle so ein bisschen angehittet werden auf jeden fall cool dass die mission king rettung ist auf jeden fall geglückt heiler innen drin sind alle weg aber riesen haben gut überlebt das passt also auch wäre natürlich cool wenn die heiler jetzt langsam überspringen würden wieder auf die riesen aber wie gesagt ich finde es gut dass der king überlebt hat auf jeden fall das ist ganz nett und das sieht doch gar nicht so verkehrt aus also loot mäßig auf jeden fall schon mal abgeliefert aber da geht noch mehr ich sag da geht noch mehr jetzt muss die queen hier ja das ist gut das ist gut das ist gut und jetzt jetzt kommt doch garantiert ja jetzt werden die riesen oh läuft läuft alter läuft ich beschwere mich oft ich weiß die letzten videos waren auch eine meckerei ohne ende aber jetzt läuft es doch coole kombo und die genau richtige base für die ja für die truppen bin ich der meinung echt richtig nice 44 sekunden da sollten wir noch genug zeit haben sonst hätte ich die ability der queen gleich gezündet aber das brauche ich hier nicht einwandfrei richtig geiles ding könnte man sich eigentlich zweimal geben oder richtig cooler shit und der loot ist richtig fresh auf jeden fall der ist richtig fresh genau die richtigen aber wirklich genau die richtigen äh truppen dafür gewesen meiner meinung nach so jetzt gucken wir mal hier dass wir hier wieder truppen logischerweise auffüllen klar und ja da sind die marie da müsste man noch mehr aufteilen bis dann reißt man das alles wieder so auseinander ich mach lieber in jeder kaserne immer eins und dann passt das dann ist das eigentlich eine ganz coole nummer kommt man nicht durcheinander so jetzt nochmal ein rage passt und hier haben wir den mit den vier earthquake war halt mega pornös und den geben uns jetzt sorry den müssen wir uns jetzt einfach nochmal geben so also ich sag mal 900k sind wir dabei den darf man sich zweimal gönnen ansonsten klar also teilweise max 9 doch also nicht nur teilweise schon schon relativ viel also klar wir haben hier noch ein xbow nicht gemaxed wir haben die mauern total low ganz klar hier ist noch ein magiaturm der noch nicht gemaxed ist luftabwehr ist noch nicht komplett oben auf jeden fall aber ansonsten gucken wir wirklich nochmal auf die verteilung heiler kommen jetzt ich zeige auf meinen monitor jetzt im rechten bereich seht ihr äh wurden hier von den riesen die der puster weggemacht hier zusätzlich auch von den riesen gleich die luftabwehr hätte sogar noch ein bisschen früher down gehen können dann hätten die heiler in der mitte sogar noch besser gehalten aber gut okay ist in ordnung jetzt halten wir uns wirklich den fokus nochmal ein bisschen auf die mitte weil ich ja zuvor so ein bisschen auf den king gegangen bin da mit dem rage und so weiter und so fort und jetzt wollen wir hier einfach wirklich im mittleren bereich sehen jetzt kommt gleich der earthquake den ich hier noch gedroppt habe ja heiler weg so ich glaube ja genau jetzt kommt der earthquake das passt auf jeden fall richtig nice das lief echt richtig cool und guck mal jetzt war die queen ja die stand ja dann neben denen genau und dann dachte ich auch zündest du jetzt die ability nee und hier mega nice dass die halt einfach nochmal aufgeladen wurden und voll dabei waren richtig cool gute truppen für eine coole base nice ja jetzt sind wir ja schönes ding also ich ja ich habe den boost einfach zu lange am start gehabt weil jetzt merkt man dann wirklich so auf einmal gibt es dann doch nochmal einen sprung nach vorne klar natürlich auch mit dem ändern der truppen also mit denen komme ich wohl eindeutig besser klar als mit den lufttruppen aber ich glaube auch wirklich wenn der gegner halt wirklich infernus hat ist das mit lufttruppen halt echt nicht mehr so lustig finde ich klar man hätte jetzt freezen anfangen können aber ich will nicht mein gesamtes kapital sozusagen meinen gesamten aufbau der truppen nur auf meine spells basen sage ich jetzt mal ich glaube ihr wisst was ich meine dass wenn ich ohne spells halt angreifen würde dass ich gar nichts gerissen kriege wäre halt auch schade das ist halt natürlich ein sehr guter positiver Effekt klar aber man soll es auch ein bisschen ein bisschen ohne Spellen kriegen sage ich jetzt mal so schauen wir mal yeah ich bin Anführer läuft bei mir Leute zuhören ja wie gesagt Leute die Bock auf CW haben rein hier die wirklich gut sind klar man kann auch mal verkacken das ist nicht hier wie gesagt der super mega clan wo hier alles total top läuft nein auf keinen Fall aber man muss halt eben wirklich beim CW halt angreifen man muss sein Bestes geben wenn das halt nicht reicht dann reicht es halt nicht dann ist das so aber gut ja also man muss es aber auf jeden Fall probieren hier jammer einfach mal ganz kurz ganz easy hier bam und dann hat er einfach mal hier seinen Max Golem und dann ist das schick bam so machen wir das nämlich spenden einfach dem höher gelegenen einfach die Truppen und dann passt das ne aber wie gesagt kommt rein wenn ihr halt CW Bock drauf habt wie gesagt ich will mich da auch nicht mehr verstecken sondern wirklich ich bin dabei und gucke halt wirklich ansonsten wird man halt nicht besser das stimmt schon ich meine viele haben mir die ganze Zeit immer gesagt oh na warum machst du nicht CW weil ich keinen Bock drauf hatte ist halt so gewesen klar aber jetzt habe ich Bock drauf und dann kann man probieren 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 und dann passt das weil Kühlen freue ich mich natürlich mega schon drauf und dann sehen wir weiter so passt ich hoffe ihr habt Spaß gehabt und der nächste Angriff kommt ich wünsche euch was ciao